Ja, wir sind Natur- und Erholungsregion. Wir haben mit Naturpark Steinwald und dem Stiftland tolle Landschaften. Seit einiger Zeit sind wir auch flächendeckend Ökomodellregion. Ich darf Vorsitzender der Ökomodellregion Stiftland sein. Und hier können wir gemeinsam mit Landwirt, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft vieles bewegen für unsere Heimat. Gemeinsam etwas voranbringen, unsere schöne Landschaft erhalten, aber natürlich auch was für die Nutzer dieser Landschaft tun. Und so, glaube ich, können wir auch weiter bei uns Natur- und Umweltschutz gut vereinbaren. Und so, glaube ich.